Du hast die Möglichkeit an einer Verlosung teilzunehmen, live bei der großen Tombola in der Gemüse-Party in Kiel, los, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt, du kaufst dir eine Eintrittskarte und dann, und dann, am 2. März wirst du es tun, du kommst auf die Party und du tanzt und du wirst das Bild gewinnen, du wirst Glück haben, ja, los. Am 2. März wirst du gelingen, du wirst in die alte Meierei gehen, ja, du kaufst dir eine Eintrittskarte und bekommst ein Los dafür, du wirst tanzen, du wirst Spaß haben und am Ende bei der großen Tombola-Show wirst du das große Glück haben und einen echten Hundefriedhof gewinnen und mit nach Hause nehmen, ja. Und damit natürlich dementsprechend auch immer sehr gerne im Sommer nicht zu vergessen, im Herzen die Wärme, hat der Sonne dabei und immer geil auch hier bei, wenn man die macht, so. Und dieses Bild wird natürlich auch noch mit Unterschrift, Datum versehen, natürlich, ja, das Gemüse-Party-Bild auf der Tombola in Kiel bei der Gemüse-Party einfach so zu gewinnen.